Moin Leute! Willkommen zu einem neuen Video und heute reacten wir zu Murderjones. Murderjones letzte Folge von Staffel 1. Trailer. Okay, Trailer. Und wir werden mal beginnen. Also Leute, 5 Abos. Mein Freund hat das abonniert. Also das hier. Ja, Murderjones. Letzte Folgen. Mein Freund hat es. Mein Freund Lukas geschickt. Also Lukas ist kein YouTuber. Lukas ist kein YouTuber. Er ist einfach nur mein Freund in der Schule. Und ähm, wir labern nicht mehr so viel. Und wir gehen mal rein. Und... ... ... Okay. ... 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 Was ist da hinten? Also, da ist so eine Trompete oder so. Rechts bei der Wand. Tut mir leid, ich weiß. Ich habe einen Lollimund. Okay, ich hatte einen Lollimund. Ich habe den noch nicht aufgelutscht. Okay. Ganz vorne ist so ein Stuhl mit einem Klavier. Da ist ein Stuhl mit einem Klavier. Okay. Lampen. Okay. Die Lampen sind ja all random. Okay. Lampen. Gibt es irgendwelche Secrets? Nein. Räume? Warte. Diese Räume hier. Silvia. Jera. Do not. Okay. Das ist ein Zoom. Das ist ein Zoom. Wir müssen ein Zoom. Do not. Ditch. Oder ich weiß nicht. Boah, das hier ist richtig weit weg. Ich weiß nicht mehr. Okay. Ich zoome aus. Oh mein Gott. Okay. Das war der Lutscher. Der Lolli. Das denke ich, was Lolli ist. Wer nicht weiß, was Lolli ist, kennt sich nicht mit Süßigkeiten. Meine kennen keine Süßigkeiten. Warum ist hier überall so Blut? Ist das Menschenblut oder Drohnenblut? Das Drohnenblut ist einfach nur Öl. Das ist nicht mal echtes Blut. Das war einfach nur Öl. Okay. Bro, so viel. What the hell? Da ist ein Totenschädel. Rechts. Rechts. Rechts bei der Fleischwand. Da ist ein Totenschädel. Zwei Totenschädel. Feier. Ein Gruselhaus. Ich denke, da sind Usi und N und Tessa und J reingegangen. Okay. Okay. Ist da hinten jemand? Das sieht aus, als wäre jemand hinten. Vielleicht ist wirklich jemand hinten. Da. Links. Hier bei dieser Tür. Da ist irgendwas Schwarzes. Vielleicht ist es ein Stuhl oder so. Ich weiß nicht. Treppen. Leute, seht ihr das? Oben ist was. Oben. Oh mein Gott. Sind das Monst... Sind das noch mehr Gegner? Ich denke, das werden die Gegner sein von Episode 7. Ich kann es nicht lesen. Das ist geblendet. Cool Collapse. die diese lilaner augen die diese lilaner augen worte was habe ich getan nein ok oh mein gott guck doch mal wie viele leichen da sind die sind wirklich in dem gruselhaus das sind so viele leichen ok irgendwas da oder in der mitte da ist irgendwas ein haar ok tut mir leid dass ich schmotze da ist ein toter haas what the hell eine tote hase guck doch mal rechts 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 ist da ein toter hase da ist ein toter hase das tote hase ist das knochen oh mein gott guck doch mal in der mitte what the hell bruh oh mein gott junge warte irgend so eine rote wolke ist da oben n hier ist n der kopf so komisch ich weiß nicht vielleicht ist irgendwas eine leicht vielleicht ist ein das menschen da sind menschen das sind menschen bro sind das die überlebenden menschen die da sind oder sind die alle tot einfach gefroren vielleicht sind die einfach alle gefroren da oben ist ein totenschädel wo sie er hat eine ermittel dieses dinge er ist ja auch eine zombie drohne ich meine sie ist eine zombie drohne oh mein gott tut mir leid leute dass ich gerülpst habe ich habe gerülpst wegen ein lolli was ist das ich sehe einen menschenkopf ein richtiges menschenkopf tessa da ist tessa okay da war tessa okay da ist usi guckt diesen fernsehen da an da ist ninja stern und kerzen noch ein stuhl was guckt usi sich so an vielleicht guckt er irgendwas da im fernsehen da muss irgendwas ein hund ein echter hund this dog does not appear in the episode feast your eyes while you can okay da ist usi nori nee das ist nicht usi da steht zwei sa okay bestimmt ein poster von der drohne eine vermisste drohne war da okay da hinten ist was ganz hinten das sieht aus wie catnap vom poppy playtime chapter 3 das wäre kein poppy playtime chapter 3 okay das sieht aus wie catnap oh n was mit n passiert warum ist n böse geworden was ist die kralle da ist das ein dino oder warum ist da eine kralle mhm 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 ein kralle greift ein mensch an mhm 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 Tut mir leid. Nein, 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 nein. Bitte, bitte. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Okay. Leute, wir... Es war's mit dem Video. Und eben, wenn es euch dem Video gefallen hat, Like, Abonnier und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns in einem neuen Samuel-Video. Und Samuel ist Peace!